Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Lange Haare, nicht ganz so lange Haare und nicht ganz so lange graue Haare. Damit könnte man diese vierteilige Dokumentation eigentlich schon zusammenfassen und sich verabschieden, aber das wäre uns natürlich viel zu einfach. Wir, das sind zum einen die Kathi und ich Christopher und wir sprechen über Bon Jovi, Thank You and Goodnight. Eine vierteilige Dokumentation über die Historie dieser mittlerweile wirklich legendären Rockband, die ab dem 26. April auf Disney Plus einsehbar ist. Kathi, was genau schildert uns alles Thank You and Goodnight? Ja, im Prinzip kriegen wir halt einfach in gut fünf Stunden die Historie von Bon Jovi, von ihren Anfängen in New Jersey bis zu den letzten Konzerten, die es jetzt gegeben haben in 2022, 2023 und alles, was so dazwischen passiert ist. Also von Bandmitgliedern, die die Band verlassen haben, bis hin zu Blattendeals, Number One Singles, einen Haufen Touren durch die Welt und alles, was halt sonst noch in so einer Rockband passiert. Und das schildert die Doku da mit Haufen Archivmaterial, aber auch aktuell Interviews von meisten der Bandmitgliedern und auch sonst Leute, die am Weg begegnet sind. Da sitzt halt ein Casually Bruce Springsteen rum oder so, das passiert dann halt mal. Ja, hier und da immer wieder berühmte Nasen halten ihr Gesicht in die Kamera und schauen vorbei, weil als Rockstar, da lernt man natürlich auf seinem Weg so einige Leute kennen, das ist schon richtig. Ja, vor allem, wenn man aus der gleichen Stadt halt kommt. Ja, stimmt, stimmt. Die Liebe zu New Jersey, dazu kommen wir später noch, hat Bruce Springsteen und John Bon Jovi miteinander verbunden. Ja, bei so einer intensiven Doku über eine Band, die uns schon so lange begleitet, da ist natürlich die wichtigste Frage, wie steht man zu denen? Und das ist auch die entscheidende Frage, ob man eben mit dieser Doku was anfangen kann, als Neueinsteiger oder als totaler Fan. Wie stehst du denn zu John Bon Jovi und seiner Truppe? Also, ich mag Bon Jovi. Das ist halt, keine Ahnung, 80er-Rabmusik, die ich halt von Dad auch mitbekommen habe und ich mag die. Ich war auch schon, wann war das, 20, oh Gott, vor Corona irgendwann, 2018 oder so, auf der Disassionate for Sale, also das war damals das aktuelle Album auf der Tour in Wien im Stadion. Das war auch ziemlich geil eigentlich. Und ja, ich wollte die Doku halt auch besprechen, weil ich die Band halt mag. Und, aber wenn ich, ja, die Band halt mag, aber wenn ich ehrlich bin, halt nicht so wirklich wusste, woher die kommen, was so deren Story ist, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich Muse höre, dann höre ich halt meistens einfach die Muse und weiß meistens wenig über die Leute im Hintergrund, außer es ist was, was ich wirklich, wirklich geil finde, mich damit beschäftige oder so. Was war bei Bon Jovi irgendwie Niederreiz da? Aber ich so, hey, warum mal nicht schauen, was diese Typen eigentlich sonst zu machen, was, wer die eigentlich so sind? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Mir geht es ähnlich im Puncto, wenn ich einen Künstler oder eine Band hervorragend finde, dann möchte ich auch mehr über die Hintergründe wissen, vor allen Dingen, wenn deren Texte mich sehr persönlich ansprechen. Wenn ich aber einfach nur die Musik auf einer oberflächlichen Spaß-Ebene genieße, dann muss ich nicht unbedingt wissen, was sie dazu inspiriert hat. Und zu Bon Jovi selbst stehe ich ziemlich neutral. Also es gibt einige Songs, die mag ich sehr. Es gibt, glaube ich, keinen Song, den finde ich furchtbar. Für mich waren Bon Jovi während meiner Jugend und auch meiner Zeit als Erwachsener einfach irgendwie immer da. Also sie waren einfach nur da. Sie waren im Hintergrund, sie waren im Radio, man sah die Musikvideos. Manche Sachen habe ich genossen, aber ich habe mich nie an denen gestört. Also es ist ein schon sehr positives Neutralsein. Die waren halt schon alt, wie ich auf die Welt komme, bin im Prinzip. Ja, das ist das Komische. Also ich meine das in keinster Weise abwertend. Aber Bon Jovi waren aus meiner Perspektive, auch als ich ein Jugendlicher war in den späten 90ern, frühen 2000ern, schon da schon immer eine Dad-Rock-Band. Also kein Jugendlicher stand auf Bon Jovi. Das waren die coolen Väter, die irgendwo jung geblieben sind. Die gingen dann auf die Bon Jovi-Konzerte. Ja, das ist, wenn man sich dann die Doku auch anschaut, so was war das jetzt, 40 Jahre oder so? Eigentlich war es auch so, okay, das ist fast mein halbes, also ein bisschen mehr als mein halbes Leben jetzt. Aber das, ja, die war schon alt, wie ich auf die Welt kommen bin. Aber deswegen umso faszinierender, dass sie sich a. immer noch halten und b. ja eigentlich, sagen wir mal, einigermaßen skandalfrei über die ganzen Jahre auch kommen sind. Ja, da hat der Begriff Dad-Rock-Band für mich auch eine Doppelbedeutung oder mehrfache Bedeutung. Denn irgendwie sind die, obwohl die aussehen wie Rockstars und auftreten wie Rockstars, waren die schon immer von den großen Bands der letzten Jahre die bravsten. Also die waren nicht so komplett verlottert wie die Rolling Stones und haben es so heftig krachen lassen wie die. Die waren aber auch von der Einstellung niemals allzu düster, wie bestimmte Metal-Bands oder New-Wave-Bands in den 80ern. Ja gut, das sind noch ein bisschen andere Schare wieder. Ja, ja, die kippten aber niemals in, die waren niemals zu düster und niemals zu sexy. Und das ist für eine so lang bestehende Rock-Band schon interessant. Und der Grund, warum die so stabil sind als Persönlichkeiten und auch so sauber in ihrem Auftreten, das finde ich, erklärt die Doku ziemlich schön. Ja, ich finde auch, ich finde auch alles, also um diese Band herum und auch das, was Doku auch zeigt, dass eigentlich ja, sagen wir mal, die Hälfte der Band oder im ersten Hälften der Band ja noch eigentlich die originalen Mitglieder sind, die immer noch in der Band spüren. Und auch so zählt die Band, also die Band hat ihre Probleme und hatte ihre Probleme und ich finde, die Doku geht auch gut damit um. Und sie zeigt auch, also sie zeigt auch jetzt vor allem gegen Schluss hin jetzt John Bon Jovi und seine Probleme mit seiner Stimme und dass er da auch alles irgendwie probiert, um wieder singen zu können. Aber auch, was halt davor passiert ist, auch mit irgendwelchen, sag ich jetzt mal, Alkohol- und Drogen-Excessen, wo sie vielleicht doch braver waren als viele andere Bands, aber auch ihre Probleme damit einheitlich hatten. Und eigentlich zeigt es diese Doku ganz schön, vielleicht was ein bisschen der Unterschied ist, aber auch, dass auch die nicht frei von Problemen und was weiß ich waren. Ja, das kenne ich natürlich bei den Rockbands, die für die Exzesse bekannt sind, die familiären Hintergründe. Aber wie gesagt, die Doku macht es einem sehr verständlich, warum diese Jungs so auf dem Teppich geblieben sind und sie wurden alle treu sorgende Familienväter und haben nicht haufenweise Models geschwängert, wie andere Rockstars das machen. Weil du siehst ja wirklich, die kommen aus einem Vorort in New Jersey, stabile Elternhäuser, brave Kindheit, alles ganz normal und haben dann angefangen, sich für die Musik zu interessieren, haben auf dem Ende der Schule gespielt und bei Wettbewerben und in Clubs und immer mit der Unterstützung der Eltern. Das ist das Interessante. Du würdest ja eigentlich so das typische Klischee erwarten, die Eltern sagen, mach was Vernünftiges, Junge, und dann fangen die an zu rebellieren und all das. Und du siehst, wie die Eltern sie unterstützen und auch zu den ersten Konzerten hinfahren und voll dabei sind. Und das ist irgendwo ziemlich drollig für die Anfänge einer Rockband. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, was die Doku auch schön zeigen, was auch du beschreibst. Ich glaube denen auch wirklich noch, dass sie der einzige Grund, warum sie noch spielen und Musik machen, ist, weil sie Bock drauf haben. Weil das sagt er, glaube ich, auch mal in der Doku irgendwann, er müsste das nicht mehr machen, er hat genug Geld im Prinzip. Aber ich glaube ihnen wirklich, dass sie da noch Spaß dran haben und Bock drauf haben und das deswegen noch machen, weil sie einfach Freude dran haben. Und nicht nur das Ganze noch irgendwie weiter zu melden. Und das finde ich seit der Doku auch sehr schön. Und das klingt jetzt auch alles sehr, als wir sie jetzt so gesagt haben, alles sehr glatt gebügelt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, sie scheut auch nicht, die unschönen Seiten zu zeigen. Also dieser Manager, den sie da mal hatten, der sich ja als richtiger Arsch auch entpuppt dann. Und auch dieser Konflikt, der dann zwischen John und Rich, also dem ehemaligen Gitarristen und auch keiner Frontmann, die da immer noch ist, diese Realität oder wie die zustande gekommen ist und zeigt auch das eigentlich ganz schön und zeigt auch, warum diese Leute dann die Band verlassen haben oder warum sie den Manager rausgeschmissen haben zum Beispiel. Und dass nicht immer nur alles einfach und easy war. Ja, das war der eine Aspekt über Bon Jovi, den ich wusste, bevor ich die Doku sah, dass es zwischen John und Richie Sambora, dem Gitarristen, halt immer Spannungen gab und dass der dann gegangen ist. Und ich meine, da geht die Doku drauf ein, geht aber nicht, glaube ich, richtig in die Details ein. Auch wenn man vielleicht auch kein schlechtes Bild von John Bon Jovi selber da zeichnen will. Ja, oder wer weiß auch, wie das rechtlich ist. Also wer weiß, was ich sagen darf und was nicht. Ja, ja, weil ich meine mal irgendwie gehört zu haben, dass als Richie Sambora noch Mitglied der Band war, da hat Bon Jovi mehr oder weniger hinter seinem Rücken schon rumgefragt, wir brauchen einen neuen Gitarristen, weil wir wollen Richie loswerden und all sowas. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, ob das Gerüchte waren, aber davon ist natürlich in der Doku nicht die Rede. Da heißt es dann halt nur, irgendwann Richie ist gegangen und kam nicht mehr wieder und wollte nicht mehr mitmachen. Und ja, wir sind uns halt allen gegenseitig mächtig auf die Nerven gegangen, weil wir so lange getourt haben. Aber okay, das wirkt irgendwo menschlich einfach. Ja, das kann ich auch verstehen. Also wenn du da irgendwie mit den gleichen Leuten jahrelang auf engstem Raum zambigst, dass der dann irgendwie im Arsch geht, das glaube ich ihnen auch. Ja, und abgesehen davon, weil wir nun mal hier eine Band mit einer 40-jährigen Historie betrachten, ist das auch ganz schön zu sehen, wie wir hier Bon Jovi durch den Wandel der Zeit begleiten. Weil du siehst sie am Anfang der 80er. Dann siehst du sie sehr präsent auftreten, als MTV Mitte der 80er an den Start geht. Dann natürlich während den Zeiten des Kalten Krieges war es dann da Ende der 80er eine ganz große Nummer, dass eine amerikanische Rockband in Russland auftreten durfte. Anfang der 90er, der Krieg gegen die Drogen, wo es halt diese Drug-PSAs im amerikanischen Fernsehen gab und die haben sich da eingesetzt. Und, und, und. Durch die 90er hinweg bis zu den frühen 2000ern, als dann der 11. September passierte und Bon Jovi wurden politischer und haben sich dann auch eingesetzt für Al Gore, als er als Präsident kandidierte und so weiter und so fort. Und das geht alles bis 2022, wo Corona passiert und zum Beispiel auch der George-Floyd-Vorfall und John Bon Jovi dadurch inspiriert wird, politischere Texte zu schreiben. Ja, und das kann man alles schön an ihren Frisuren erkennen, in welchem Jahrzehnt man gerade ist. Durch die Doku durch. Ja, die Haare werden kürzer, kürzer, kürzer und dann irgendwann sind sie komplett grau. Aber er hat sie immerhin noch alle. Er musste nicht irgendwelche Transplantationsgeschichten machen. Das wurde niemals peinlich. Das stimmt, das stimmt, ja. Was, also ich weiß nicht, wie Sie natürlich jetzt mit der Discografie, das ist das richtige Wort, von Bon Jovi auskennst. Aber eigentlich gehen Sie ja ziemlich jedes Album durch. Nur Burning Bridges fehlt Ihnen irgendwie. Was ja auch so veröffentlicht wurde, glaube ich, noch, damit Sie den Vertrag mit Ihrem Label erfüllen. Und das waren so unverfüllte Songs, bla, bla, bla. Und vielleicht wollen Sie es deswegen auch nicht ansprechen, weil Sie da auch nicht so stolz drauf sind oder nicht. Und das einfach nur macht, damit Sie zum Leben rauskommen. Aber das fand ich schon irgendwie bezeichnet, dass Sie wirklich so alles durchgehen und dann im Prinzip vor das House is not for sale, dieses Burning Bridges Album auch komplett unterm Teppich verschwinden lassen und das so gar nicht ansprechen, in keiner Art und Weise. Okay, gut, ja. Ich kann das verstehen, wenn man bei solchen Dokus bestimmte Aspekte, die einem unangenehm sind, nicht ans Tageslicht zerren möchte. Ich meine, das ist so ein zwiespältiges Ding. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens und deine Fans haben Interesse daran, diese Dinge zu erfahren. Und du willst auch, soweit es geht, persönlich werden. Aber da gibt es einfach bestimmte Dinge, die behält man für sich oder die, die einem auch schwer zugesetzt haben. Und ich finde, ja. Gut, aber ich meine, das ist halt auch nur ein Wikipedia-Klick davon entfernen, um zu sehen, was halt passiert ist. Das ist jetzt nicht, dass es irgendwie Geheimnis wäre oder so. Und das dann gar so unter den Teppich zu kehren, finde ich schon irgendwie komisch. Ja, gut. Also diese mehrteiligen Dokus von diesen, ich weiß jetzt nicht, welche Sender das sind. Es läuft auf Disney Plus, aber es wird produziert von anderen Sendern, FX und so weiter. Die geben sich immer Mühe, ein umfangreiches, aber schon ein relativ glatt gebügeltes Bild zu präsentieren. Das stimmt schon. Ich fand einen der interessantesten Aspekte, also jetzt abgesehen von natürlich allem, was mit Bon Jovi zu tun hat und deren Geschichte und so, aber ich fand es wieder faszinierend zu sehen, was für eine Macht Radio tatsächlich mal hatte. Also wie wirklich Bands, dadurch, dass sie im Radio gespürt worden sind, über Nacht im Prinzip berühmt geworden sind. Und das fand ich auch bei Bon Jovi, da wir es sehr faszinierend zu sehen, dass sie im Prinzip ihr Demotape da mit Runaway in irgendeine Radiostation gegeben haben und zack, hat jeder gewusst, wer sie sind. Ja, da hieß es immer, früher war es schwieriger, berühmt zu werden. Heute hast du Social Media und so weiter. Ja, aber wenn du einmal einen Fuß in der Tür hattest, dann ging es. Und dann wurden bestimmte Dinge auch rauf und runter gespielt. Und ruckzuck waren die auch eine Vorband irgendwo. Genau, ja. Also das fand ich schon sehr schön aufgearbeitet. Aber was sagst du zum Stil von der Doku? Also wenn wir jetzt mal vom Inhalt weggehen, also es ist hier sehr viel Archivmaterial mit aktuellen Interviews bis so zu 2022 Tour. Und das fand ich auch alles eigentlich ganz cool, auch dass man wirklich viel von früher sieht und da die Interviews auch mal irgendwie einordnet mit den heutigen Interviews. Was mir ein bisschen zu schnell war meistens, manchmal sind so Zeitungsausschnitte oder irgendwelche Headlines so dann eben einblendet worden. Und das war alles schon ziemlich schnell, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist damit. Ich habe sowas in der Art erwartet, weil diese Dokus sehen ja irgendwo alle so aus. Ich weiß auch nicht, wie man den Inszenierungsstil solcher Dokumentation irgendwie revolutionieren könnte. So sehen solche Dokus halt aus und werden es wahrscheinlich auch immer. Aber ja. Das sind immer schlaue Leute, die was anderes machen können. Ja, die Intention dahinter verstehe ich ja. Von wegen, hier prasseln jetzt haufenweise Informationen auf dich ein. 40 Jahre Geschichte dieser Band in 5 Stunden abgehandelt. Versuchen wir das visuell so ansprechend wie möglich zu machen. Alte Fotos, Archivaufnahmen, Interviews, Fernsehauftritte, immer wieder eingeschnitten mit den Interviews, die für diese Doku selbst gemacht wurden. Da ist halt immer dieser ständige Wechsel und du kriegst halt visuell immer wieder was Neues vor den Latz geknallt. Das kann ermüden. Also wenn man das am Stück gucken muss. Also es erscheint ja wie gesagt in vier Teilen. Hier für diese Besprechung habe ich mir halt an zwei Tagen die ersten beiden Teile und dann halt am zweiten Tag die zweiten beiden Teile gegeben. Das ging einigermaßen. Wer sich das am Stück geben möchte, bitte. Aber ja. Mutig. Das ist schon viel. Das ist schon ein Brocken diesbezüglich. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, das ist ein Film zuerst und dann waren das doch irgendwie vier Teile und dann lief das Ganze doch irgendwie fünf Stunden. Ich habe es dann auch auf zwei Mal geschaut, also die ersten zwei und die zweiten zwei Folgen im Prinzip. Und das geht dann auch. Aber ich fand, das machen wir schon wirklich, also nicht schwer mitzukommen, sondern einfach viel Information auf einmal. Vor allem, wenn du dann auf der Audioebene was anderes hörst, als sie dann auf der visuellen Ebene mit irgendwelchen Schlagzeilen so einblenden, ne? Dass du dann da irgendwie mitkommst, war machen wir dann schon viel. Aber gut, das ist ja alles auf Stream. Man kann nicht dann stoppen und zurückspulen. Was weiß ich, das ist ja kein Problem eigentlich. Ja, ja. Also da muss man hier und da auch mal pausieren. Weil das einfach, also mein Verhältnis zu Bon Jovi nach dieser Dokumentation lässt sich in erster Linie mit einem Wort erklären. Respekt. Ich fand die vorher immer okay, war kein Riesenfan, mochte einzelne Songs, aber weil ich mich nie mit denen beschäftigt habe, waren die, wie ich am Anfang erwähnt habe, für mich einfach immer nur da. Nur jetzt habe ich so großen Respekt vor John Bon Jovi als Person und als Künstler und vor dem Rest der Band auch, weil wie lange die durchhalten, wie ernst die das nehmen und wie vernünftig die dabei immer gewesen sind, was für ein Maß an Professionalität, die immer an den Tag gelegt haben, ohne jemals zu unerträglichen Diven zu werden und sich auch wie Arschlöcher aufzuführen. Also natürlich wird es hier und da auch heftige Momente geben, die werden nicht gezeigt. Aber die wirken wirklich durchgehend wie bodenständige, nette Jungs. John Bon Jovi selber auch. Und wie, wie, dass er mit 61 immer noch diesen Hunger hat, da was zu machen. Das war, glaube ich, auch der Moment in der ganzen Doku, der mich am meisten berührt hat. Und wenn er dann da, um wieder auftreten zu können, eine Stimmoperation hat und dann macht er auch verschiedene Maßnahmen, er bestrahlt seinen Hals mit Lasern, damit die Stimmbänder besser durchblutet werden und sowas. Ja, ja. Nur damit er wieder singen kann. Da dachte ich schon, boah, das ist Hingabe. Das ist pure Hingabe und das muss man respektieren. Ja, sie haben halt, also sie haben denn, dass die eine Dikipation Selbstbewusstsein für alles, aber sie haben von Anfang an, zumindest wenn man Doku Glauben schenken darf, auch wirklich hart dafür gearbeitet, dass sie jetzt dort sind, wo sie sind. Und damit haben sie sich das auch eindeutig verdient. Ja, das sind dann auch schöne Momente in der vierten und letzten Folge, wenn du dann wirklich siehst, wie sie die Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Sie werden in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das war auch sehr schön. Ja. Das war eine sehr schöne Szene da. Du siehst, wie sie alle Väter werden, sie kommen zusammen, sie haben eine neue Tournee und die läuft nochmal richtig gut und einfach alles kommt zusammen und die sind einfach glücklich, dass sie weitermachen können. Und das ist auch wirklich toll, dass man mit denen, auch wenn man kein Fan ist, man guckt diese Doku und man geht quasi mit denen auf diese Reise und sie endet an einem schönen Punkt. Und das ist dann auch einfach schön anzusehen, dass du da wirklich mal, dass du wirklich das Gefühl bekommst, da sind Leute, die all das, was sie da erreicht haben, auch verdient haben. Ja, definitiv. Und anders sollte es auch nicht sein. Und da hat sich einfach pures Talent und pure Leidenschaft durchgesetzt. Und das war so der befriedigende Abschluss am Ende, wo ich wirklich gesagt habe, ja, es hat sich gelohnt, sich das auch als Nicht-Fan anzusehen, weil mehr über die Jungs zu erfahren, das ist eine gute Sache, weil das ist einfach eine positive Geschichte aus dem Showbusiness, aus diesem Bereich des Showbusiness, die man nicht oft genug bekommt. Ich habe einfach irgendwo die Schnauze voll von denen, sie waren die absoluten Rockgötter in den 70ern und 80ern und dann kamen die Drogen und der Alkohol und die Probleme und dann sind sie auseinandergebrochen und der eine ist an der Überdosis gestorben und der andere ist heute ein totales Wrack. Und das hat man einfach schon so oft gesehen, das kann ich nicht mehr ertragten. Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass, also, ich war echt überraschend auch begeistert, was sie da auch teilen in der Doku, weil sie sagen ja auch, okay, es ist auch klar, wenn du 40 Jahre voneinander biegst, dass es dann auch interpending Probleme gibt und ihre Lösung für das, wo auch der Jumbo und Joby sehr dahinter sein hat dürfen, war halt, es ist im Prinzip in Therapie gegangen, es ist ein Eisband. Oder sich da wegen halt einen Mediator dazugeholt haben, der halt ihre Gespräche da irgendwie ein bisschen schlichtet, um das nicht eskalieren zu lassen. Und das finde ich schon gut, dass sie das auch einfach so sagen und da auch offen damit umgehen und alles, braucht man vielleicht auch Hilfe von außen, um das gut durchziehen zu können am Schluss. Ja, und dass man sich da auch nicht verschämt und nicht da drüber steht mit aller Gewalt, dass die einfach hier sagen, wir brauchen Hilfe und die nehmen wir auch gerne an und das ist ja auch kein Ding und das hat uns auch weitergeholfen. Dass da einfach, das ist das Ding wirklich, dass du hier diese Männer siehst, die eben nicht nur als Musiker, sondern auch als Menschen gereift sind und einfach nicht in dieser permanenten Rockstar-Bubble bleiben und ich bin der Rebell und fuck you, dass du auch wirklich siehst, wie die erwachsen werden. Das ist irgendwo das Schöne daran. Also ich glaube, wir können beide sagen, dass wir definitiv begeistert von der Doku sind und das, also ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, ich habe nur eine Sache, die ich angreifen möchte. Oh ja, bitte. Und zwar, man kann keine Folge einer Doku Brothers in Arms nennen und dann kein einziges Mal Dire Straits darin erwähnen. Das ist, das finde ich frech und das finde ich auch nicht okay. Okay, die Inspiration der Folge können. Ich glaube, die dritte, ich glaube, die dritte Folge heißt Brothers in Arms von der Doku jetzt und ich dachte, dass da vielleicht irgendwelche Connections zu Dire Straits oder so kommen, kamen nicht. Fand ich frech. Dann habe ich auch noch einen kleinen Wermutstropfen. Als sie ja dann den Soundtrack gemacht haben für Young Guns, diesen Western, Blaze of Glory, auch ein fantastischer Song, wird ja auch ganz kurz Jon Bon Jovys kurze Schauspielkarriere angeschnitten, dass er ja hier und da auch ein paar Filmrollen hatte. Und dann darf es doch nicht wahr sein, dass man tatsächlich den Fakt auslässt, dass er eine tragende Rolle hatte in der letzten Staffel von Ellie McBeal. Wirklich, das muss man doch erwähnen, das ist ganz, ganz wichtig. Gut, aber ich glaube, wenn das die einzigen Versäumers in der Doku sind, dann hat es sich eh gut gehalten. Ja, ja, da werden andere mit Sicherheit drüber entwechseln können. Ja, dann von mir auch ganz klare Empfehlungen. Also klar, wenn man mit denen überhaupt nichts anfangen kann, dann wird man dadurch auch nicht zum Fan. Also solche Dokus haben generell nicht die Kraft, jemanden umzustimmen, der sagt, nö, ich höre lieber die Wildecker Herzbuben. Aber wenn man auch nur halbwegs interessiert daran ist, dann bekommt man halt die Historie einer sehr wichtigen, sehr interessanten Band des Rock'n'Roll geboten, in Kombination mit auch einer 40-jährigen Reise durch den Zeitgeist Amerikas, durch den Zeitgeist der Musik. Und das hat für mich diese Doku dann auch nochmal auf ein anderes Level gehoben und auch außerhalb von Bon Jovi sehr interessant gemacht. Ja, definitiv, da kann ich mich noch anschließen. Und auch als Fan kann man definitiv neue Sachen lernen. Und ich meine, als Fan hat man sowieso Bock, sich das anzuschauen, wahrscheinlich einfach weiß, weil es Bon Jovi ist. Exakt. Damit sind wir am Ende. Ich kann nur sagen, jetzt sind wir kleine Runaways. Haha, ja, schlechtes Segment, ich weiß. Ja. Fiel kein anderer Song ein. Egal. Blaze of Glory, It's My Life, Now and Ever, yada, 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 ihr wisst schon. Ich bin Christopher und an meiner Seite war Kati. Vielen, vielen Dank. Und den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Ihr könnt uns gerne auf Spotify bewerten oder auf Instagram folgen oder sonst überall. Und wir haben uns dann beim nächsten Mal auch von mir. Ciao, ciao. Rock'n'Roll. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.